Piste. Piste. Sie nix können. Tati, hast du Angst vom Tod? Nein. Ich schon. Mit dem Sterben ist man jetzt blöd. Ein Herzbladler nicht. Ein Herzbladler nicht. An seiner Familie mit deinen Reisen. Weißt du, was das ist, eine Familie? Verstehst du das überhaupt? Piste! Oder nix? Hast du ein Biss? Das Rechte hat mir am klein. Steh gesagt! Unser Auftrag ist, mit den vorauseeienden Angriffsspitzen und mit in Verbindung zu halten. Da geht's ja ins Meer. Gerade haben wir dienstfrei. Und zwar in der Normandie. Die Honogacht ist das Tor repariert. Ich hoffe, dass dir nix klärt. Das verspreche ich dir. Ich hab bei dir beiwang so ein kleines Fisch so ein Fuchs gefunden. Wo ist er? Ich bin im Außertand. Ton Renard. Il ne peut pas vivre avec toi. Fange du mit, Kim! Ich bin im Außertand. Ich bin im Außertand. Ich bin aufgeregt das Kaffee zu sein. Ich bin im Außertand. Bis zum nächsten Mal.